Eine große aktuelle Herausforderung für Journalisten und Medienmacher ist das Flüchtlingsthema. Vergangenen Mittwoch ist darüber auch auf einem hochkarätig besetzten Podium diskutiert worden. Wir haben mit Alexandra Föderl-Schmidt, Rainer Nowak und Christian Reiner über die aktuellen Aufgaben des Qualitätsjournalismus gesprochen. Und über das Spannungsfeld zwischen Objektivität und Meinung bei der Berichterstattung über Flüchtlinge. In einer einleitenden Keynote wies der Philosoph Konrad Paul Liesmann auf die Gefahr des Zuvielguten in der Berichterstattung über Flüchtlinge hin. Unter den Podiumsgästen gab es zum Thema Meinung und Journalismus angesichts der neuen gesellschaftlichen Herausforderungen durchaus differenzierte Ansichten. Ich glaube, Journalismus sollte sich generell nicht sozusagen irgendeiner Sache auch nicht dem Guten verschreiben, so blöd das jetzt klingen mag. Journalismus sollte sozusagen einigermaßen neutral bleiben und keiner Seite sozusagen zu oder keiner Position sozusagen den Raum in der normalen redaktionellen Berichterstattung geben. Dafür sind Kommentare da. Und ja, sozusagen es gibt den Begriff des Anwaltlichen im Journalismus, der impliziert bereits, dass man sich sozusagen Journalismus macht, um jemandem zu helfen. Jemandem, dem es nicht so gut geht. Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe des Journalismus. Selbstverständlich sollen Journalisten Stellung beziehen. Selbstverständlich sollen Journalisten Analysen aus Fakten machen und dann daraus Meinungen ziehen bzw. darauf Meinungen aufbauen. Wer behauptet, dass das anders wäre, scheitert schon in seiner Argumentation, wenn man eine Zeitung aufmacht und Fotos sieht. Ja, nach welchen Kriterien wählt man die Fotos denn aus? Man wählt sie zum Teil nach ästhetischen Kriterien, aber wohl meistens nach einer Message aus. Und die Message ist nicht nur das Faktum, die Message ist natürlich mehr. Wichtiger denn je ist die Trennung von Berichten und Kommentar. Das heißt, wir müssen unsere Rolle als Journalisten wahrnehmen und auch Fakten checken. Und das Schwierige ist eben, dass wir nicht als Aktivisten agieren dürfen. Auch darüber, wie mit den verfügbaren Bildern umgegangen werden sollen, scheiden sich die Geister. So druckte das Nachrichtenmagazin Profil das Foto der Leiche eines ertrunkenen syrischen Bubens ab. Eine Entscheidung, mit der sich derzeit der Presserat beschäftigt. Beim Standard verhielt man sich anders. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, dieses Foto des toten Jungen am Strand nicht zu bringen. Wir haben einfach die Berichterstattung der Gestalt auch im Bildbereich geregelt, dass wir sagen, Kinder sind besonders schutzwürdig. Das entspricht auch der Mediengesetzgebung. Plus das Zweite, dass wir nicht Leichen in Stellensituationen darstellen. Und das war eigentlich ein Bild, das diesen Kriterien entsprochen hat. Aus dem Grund haben wir uns wirklich auch bewusst entschieden, das nicht zu bringen. Bei der Kinderleiche ist das Kind als solches nicht identifizierbar. Als anonymes Kind sollte man ein Bild dieser Art auf jeden Fall zeigen, weil es halt nicht einmal meinungsmachend die Realität von Schicksalen innerhalb dieses Flüchtlingsstroms darstellt und darstellen muss. Die Herausforderungen für den Qualitätsjournalismus sind jedenfalls größer denn je.